Hey, was geht ab? Mein Name ist Ignaz Reier und ich bin Self-Publishing-Autor. Ich habe hier ein Buch für dich, das dir 39 Geschichten von erfolgreichen Menschen zeigen wird. Du wirst erfahren, welche Top-Unternehmer, Sportler, Schauspieler, Künstler und Erfinder überwinden mussten, damit sie zu den erfolgreichsten und bekanntesten Menschen dieser Welt gehören. Du wirst nicht mehr aus deinen eigenen Fehlern lernen müssen, sondern aus den Fehlern einiger der erfolgreichsten Menschen dieser Welt. Denn nach jeder Geschichte habe ich dir die lehrreichsten Lektionen zusammengefasst, die dir dabei helfen werden, selbst zu einem erfolgreichen Menschen zu werden. Wenn das etwas für dich ist, dann klick jetzt hier oder hier auf den Link, um auf Amazon zu gelangen und dir dein persönliches Exemplar zu sichern. Wenn du dich schon immer gefragt hast, wie erfolgreiche oder extrem reiche Menschen denken, welche Gewohnheiten sie haben und was sie alles durchleben mussten, um heute die Person zu sein, die sie schon immer sein wollten, oder wenn du dich einfach mal nur wieder motiviert und inspiriert fühlen möchtest, um deine persönlichen Ziele zu erreichen, Dann klick jetzt hier oben oder hier unten oder schau dir den Link in der Beschreibung an und sichere dir noch heute dein persönliches Motivationsbuch mit 39 Erfolgsgeschichten. Unter anderem mit Leuten wie Thomas Edison, Michael Jordan, Robert Kiyosaki, Bill Gates, Stephen King, Steve Jobs, Walt Disney, Elon Musk und vielen, vielen weiteren. Klick dafür jetzt einfach hier oben oder hier unten oder schau dir den Link in der Beschreibung an und hol dir die Motivation, die dein Leben verändern wird.